Aber von dieser Zeit an habe ich so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, dieses Faible für Katholizismus von unten und für Kirche unter der Soutane. Und es war so, dass wir so mit elf, zwölf in diesem Heim, da haben wir so um zehn, halb elf, wenn der Pater, der unser Einschlafen bewachen sollte, oder überwachen sollte, dann endlich weg war, dann haben wir uns auf die Bettkante gesetzt und haben angefangen zu philosophieren. Wir haben uns die großen Fragen der Menschheit gestellt. Mensch, wenn man so sieht, wie groß das Universum ist und wie klein wir dagegen sind. Boah! Und jeder von uns hat sich wie ein kleiner Sokrates gefühlt, so ein Bonsai-Philosoph. Wir haben uns Geschichten erzählt von der Piazza Verdi, vom Verdi-Platz in Bozen, wo abends professionelle Liebedienerinnen stehen würden, die auch uns Zwölfjährige schon für 50 Lire, hätten wir sie denn in das geheimnisvolle Reich des Mannseins entführen würden. Ich habe mir die schweißnasse Hand hinter das erigierte Ohr gehalten, um jedes Wort mitzubekommen. Und wir haben uns Geschichten erzählt von zum Tode Verurteilten in Amerika, die zwei oder dreimal auf dem elektrischen Stuhl waren und sie waren nicht tot zu kriegen, wie die wohl ausgesehen haben mögen. Und Geschichten von den großen Helden des Zweiten Weltkrieges, von den Stuka-Piloten. Meine Südtiroler Jugend oder Kindheit war doch recht geprägt von den ganzen zurückgebliebenen Lanzern, überwiegend SSler, die in Südtirol geblieben sind, zivile Berufe ergriffen haben, aber uns Nachmittag am Fußballplatz die großen Geschichten ihrer Jugend erzählt hatten und uns berichteten von der Faszination Hitlers. Es waren Nächte, in denen wir Kinder-Jungs da saßen, Nächte voller Neugier, Nächte voll von diesem Geruch dessen, was wir für den Geruch des Lebens hielten, Nächte voller zitternder Erwartung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Let's Zuschauen. Vielen Dank.